Alrighty dann Leute und damit herzlich willkommen zum schönsten Geräusch der Welt. Ja nein, auf jeden Fall EU6 startet ja und ich habe gesagt, ich will euch mitteilen, was ich für ein Projekt plane. Der eine oder andere hat es vielleicht auch schon im Livestream rausgehört, aber ich heiße Lur Rizzle auf EU6, genauso wie auf EU2 damals. Und auf EU2 habe ich einen Berserker auf Level 203 gespielt, ohne ihn zu skillen. Das einzige, was ich gespielt habe, war Glück und so ist er dann also nackig in der Unterwelt mit diesem Level von mir übergeben worden. Dadurch, dass ich Level 203 bin, sind die, die mich in der Unterwelt reinlocken auf diesen Servern bei 204 Ehre. Und es gibt tatsächlich einige, wenn ich mal so durchgehe, die hier noch aus 204 sind, die wahrscheinlich mich, also den Lur Rizzle, bis zuletzt genommen haben. Klar, haben einige jetzt mehr, denn es gibt ja viel stärkere Chars, es gibt mehr Seelen, ist klar, aber der Server ist ja auch schon ordentlich alt. Und so werde ich auch auf EU6 wieder, ohne zu skillen, nur Glück, einen Dämonenjäger spielen, soweit wie es geht im Level. Ich weiß noch nicht, in welcher Gilde ich dabei sein werde. Ich werde wahrscheinlich eine Gilde suchen, die schon etwas pilzt, aber jetzt nicht mega krass unterwegs ist. Also vielleicht so eine Top 10 bis Top 20 potenzielle Gilde, sowas könnte ich mir vorstellen. Ist ja auch noch ein bisschen Zeit und dann werde ich mein Level spielen und spätestens vor meinem Urlaub, ich gehe in September ja in den Urlaub, werde ich dann den Charakter nackig da lassen. Und ja, geil wäre es, wenn ich es wieder bis Level 200 drüber schaffe. Versprechen kann ich es nicht, also wir schauen einfach mal, was passiert. Aber Lure Rizzle solltet ihr euch in die Freundschaftsliste packen, denn Lure Rizzle wird auf jeden Fall für euch ein lukrativer Spieler für die Unterwelt sein. Ob es nur für kürzerhand ist oder für längeren Zeitraum, das kommt immer darauf an, wie ihr spielt. Aber ihr werdet definitiv relativ viele Seelen durch mich bekommen. Speichert euch den Namen deshalb auf jeden Fall ein. Und das war es dann von mir, haut auf jeden Fall rein, macht euch tschüss und servus, euer Basti. Ciao, ciao.